Ja, nachgetaner Arbeit, stell dir vor, du kommst nach Hause von den Fan-Media-Tagen in Belund und das ist die Aussicht, beziehungsweise so traurig könnte es in deinem Hotelzimmer sein. Nix außer Design, 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 ein Aschenbecher, früher war es das, glaube ich, steht da und kein Lego-Set. Aber das Gute ist ja, Lego hat ja dafür was im Angebot und das für entsprechend Geld auch. Wir gehen nämlich mal hier rein und da sieht man schon, worum es geht, nämlich um das aktuelle Winterset, was Lego rausgebracht hat, beziehungsweise rausbringen wird. Am 1. Oktober erscheint es, jedes Jahr gibt es ein neues Winterset und diesmal ist es Santa's Post Office. Da sehen wir es, Winter Village Collection mit 1.440 Teilen und das Ganze wird knapp 100 Euro kosten. Wir haben die Weihnachtsmann da, wir haben ein paar Elfen dabei und wir haben einen Heißluftballon. Das heißt, da ist der Lightbreak, da kann man nicht oben drücken, dann leuchtet es da, dann sieht es aus, als wenn es ein Heißluftballon wäre. Wir sehen, dass es wie sehr nach Sticker aussehen, wir haben Weihnachtsbaum und wir haben Posthorn hier. Das finde ich ganz lustig, mit diesen goldenen Würstchen, die hier das Ganze gestalten. Also das Postthorn finde ich schon mal sehr cool und es wird auch eine Funktion geben. Da die Briefe kommen nämlich noch nicht nur irgendwie, sondern sie kommen, ohne dass ich jetzt hier hoffentlich an den Tisch dreierer stoße, über diesen Heißluftballon, indem wir diese Kiste ausgeschütten, da rutschen sie längs und dann, je nachdem, wo wir diesen Schalter hinsetzen, entweder das eine oder das andere Wegelchen. So ist das Ganze gedacht. Gucken wir mal, haben wir irgendwas gesehen, übersehen, Lightbreak, Weihnachtsmann hat sein Schlafzimmer, nee, da wird auch was, das ist ein Arbeitszimmer. Guck mal, die Briefe kann er nämlich auch selber schreiben, muss er gar nicht die Wunschstelle der anderen nehmen, kann auch eigene nehmen. Ja, da wird nochmal einer, also natürlich irgendwie heißer Kakao, da Briefe, Briefe, Briefe und da ist diese Sortiermaschine, wer weiß, die artigen Kinder und die bösen Kinder oder so. Man weiß es nicht genau. Wir sehen hier die Maße, 28 cm breit, 21 cm hoch. So, dann gucken wir uns mal im Zimmer ein bisschen weiter um. Wir haben jetzt hier noch zum Beispiel den Heißluftballon. Heißluftballon, ja, da ist auch hier mit kleiner Schalterbedienung, Lightbreak und da oben wird gedrückt und schon, ja, passiert also in diesem Fall dann das Licht, das da ausgehen wird. Ja, meine Batterie geht langsam zu Ende. Ich muss mich beeilen. Wir haben noch keine Zeit. Nochmal das Zimmer vom Weihnachtsmann hier und ja, da gehen die Briefe rein und unten kommen sie raus über zwei Schienen. Wir werden es gleich noch im Video sehen. So, jetzt müssen wir hier mal auf mein Bett gehen. So, da sehen wir die Winter Collection mal in ihrer Gesamtschauung. Nicht ganz, also da war natürlich viel mehr, aber wir sehen so das, was aus den letzten Jahren dabei war und da fügt sich ins Gesamtensemble, wenn man noch ein paar Teller dazu stellt und ein paar Nüsse daneben legt, irgendwie das Ganze durchaus sinnvoll ineinander. Da ist Post Office, dann sehen wir, ja, was haben wir hier zum Beispiel, auch da diese Tram, die dabei war. Und, 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 also, ja, passt, kannst du haben. Guck mal, die Blechtrommel ist auch da. Na, schöne Grüße an Günter Gras. So, dann wollen wir noch mal weiter gucken. So, da laden gerade meine neuen Bilder, die ich gemacht habe und Videos hoch. Hier sehen wir, da sind die Schienen, da kommt es runter von dem Heißluftballon, hier das Selbstgeschriebene vom Weihnachtsmann und hier unten jetzt dann durch. Ja, und das Ganze haben wir nämlich auch noch mal im Video. So, das gucken wir uns jetzt auch noch mal an. Das machen wir mal schön groß. So, und gucken wir mal kurz aus dem Fenster. Nein, mir beobachtet, mich beobachtet, kann ich immer, kann ich, wenn einer guckt. So, machen wir mal an. Hopp. Ton weg. Zack. Wer weiß, ob da GEMA drauf ist. Guck mal, da kommt die Treppe rein. Kind und Mutter freuen sich. Da wird gedrückt und da wird geleuchtet. Haus gedreht. Da fallen gleich die Briefe. Achtung, jetzt geht es noch tief ins Nichts. Erstmal noch mal zeigen, dass man auch oben das Dach abmachen kann. So, und jetzt die Guten ins Köpfchen, die anderen ins Köpfchen. Ne, wie war das? Na ja, auf jeden Fall kann man das Ganze also hin und her bewegen. Jo, so ist es. Ich finde es wieder ein durchaus gelungenes Set, muss ich zugeben. Ähm, muss ich? Also, ich finde, das hat was, das Set. Gerade mit dieser Funktion, mit dieser Rutsche und dem Drunterstellen erzählt eine schöne Geschichte. Ja, der Lightbrick, der ist jetzt irgendwie nett, dass er in dem Heißluftballon ist. Kannst du haben, jung. Also, es sitzt die Serie auf jeden Fall, finde ich, gekomfort und mir gefällt es. 1440 Teile für einen Hunni. Okay, vielleicht nächstes Jahr gibt es die dann ja immer vom Vorjahr jeweils etwas günstiger. Dann ist das preislich ja sogar für Lego-Verhältnisse ganz okay, wenn dann noch Rabatte nachher dann nächstes Jahr dazukommen. So, das war's. Ah, nee, einen haben wir noch, einen haben wir noch. Einen Moment. Ja, wer eine Post hat, will natürlich auch das Postauto haben. Das gibt es nämlich parallel dazu für einen Hunni. 224 Teile, natürlich mit Stickern hier, aber auch mit Weihnachtsbaum. Und 11 mit Bart, der hier also dann die Post ausbringt. Jo, also mit Post auch dazu und sogar hier vorne noch so eine Figürchen drauf. Mercedes lässt grüßen. Da sieht man, wie es romantisch aussieht. Er hat sogar so ein Posthorn. Guck mal da. Guck mal, das holen wir uns mal hier ganz nah ran. Na, da, da, so ein Posthorn auf dem Jacket drauf. Das finde ich ja schön. Hatten das die anderen auch? Moment, da gucken wir doch noch mal kurz. Durften die auch mit Postorn? Oh ja, siehste, auch mit Postorn. Schön, dass sie die Bilder hier noch hängen ablassen. Was haben wir noch auf der Rückseite? Guck mal, da bin ich. Hallo. Ähm, jo, man kann das Verdeck abnehmen, wie wir sehen, und den Weihnachtsbaum draufsetzen. Jo, auch schön. Sollte man nicht zu schnell fahren. Und wir können es aufklappen. Dann sehen wir da, dass dort drin gebaut werden kann. Jo, da sehen wir es auch noch mal in groß. Und das war's. Das alles am 1. Oktober. Was sagt ihr denn zu den Wintersets 2024? So, und ich muss jetzt ins Bett. Morgen ist auch noch ein Tag. Bis bald dann. Und schöne Grüße aus Willund.